Hallo liebe Geschwister, wisst ihr was wirklich krass ist? Wenn wir versuchen, daran zu denken, wie es gewesen sein muss, wie damals Jesus vor 2000 Jahren circa für unsere Schuld hingerichtet wurde. Er wurde ausgepeitscht, er wurde bespuckt, er wurde, die haben dem so eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt und die spitzen Dornen reingestochen und der hat wirklich ganz schlimm gelitten, der hat so schlimme Schmerzen erfahren und hat all unsere Schuld auf sich genommen, ja. Der hat wirklich alles auf seinen Schultern und auf seinem Rücken und überall getragen. Er wurde ausgepeitscht und was der da alles ertragen musste für unsere Schuld, wenn wir darüber mal nachdenken, ja, da wird mir wirklich ganz schlecht, da werde ich fast bewusstlos, was Gott, ja, ertragen hat wegen uns, was Jesus aufgenommen hat wegen uns. Es war nicht seine Schuld, es war unsere Schuld und weil er uns liebt, hat er diese ganze Schmerzen ertragen. Ja, Gott hat seinen Sohn gesandt und er, Gottes Sohn, Jesus Christus, der mit dem Vater eins ist, hat es alles für uns ertragen. Und wenn ich zurückdenke, ich meine, ich habe nicht dabei gestanden, aber wenn ich mir das vorstelle, wie das gewesen ist, wo damals Jesus das alles ertragen hat, wegen unserer Schuld, da wird mir wirklich schlecht und da werde ich fast bewusstlos. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte vorm Kreuz gestanden und damals die Menschen, die damals gelebt haben und es miterlebt haben, die auch dabei standen, als Jesus hingerichtet wurde und gekreuzigt wurde, oder da denke ich mir nur, wie schlimm muss das gewesen sein, da zerreißt es mir mein Herz, was Jesus auf sich genommen hat, wirklich, mir zerreißt es das Herz und ja, da kann man nur wirklich bewusstlos werden eigentlich und denken, oh je, so schlimm, so schlimm und danke Jesus, danke Jesus, Jesus, danke, es ist unfassbar, was du für uns getan hast, du hättest es nicht tun müssen, es war reine Liebe, es war die reinste Liebe, dass du für uns, für deine Kinder, für die Menschen, dich so hast foltern lassen, ja, und das alles nur aus Liebe zu uns, weil wir die Bösen sind, wir sind die schlimmen Sünder, wir haben überall Fehler gemacht und gegen die ganzen Gebote dauernd verstoßen, wie oft haben wir verstoßen gegen deine Gebote, lieber Gott, die du uns gegeben hast als Schutz für uns, für unser Leben, ja, damit wir sorglos leben können, damit wir in Frieden leben können, ja, selbst damals das einzigste Gebot, das wir hatten, nicht von dem Baum zu essen, nicht mal das konnten wir halten, ja, vom Baum im Garten Eden und dann hast du uns noch diese vielen Gebote gegeben, die ja auch uns schützen sollten und wir haben sie gebrochen und gebrochen und wieder gebrochen und dann hast du deinen Sohn geschickt und Jesus hat es alles auf sich genommen, das ist echt unfassbar, wenn ich mir, ich habe mir da so mal Gedanken drüber gemacht, wenn ich da dabei gestanden hätte, wenn ich damals in der Zeit gelebt hätte, als Jesus da war in der Welt, wo Gott seinen Sohn extra in die Welt geschickt hat und ich hätte das live alles miterlebt, wo ich dabei gestanden hätte, ich hätte es gar nicht ertragen können und er hat es auch für mich getan und auch für dich, er hat es auch für dich getan, ja, gib ihm all deine Schuld, damit er nicht umsonst gestorben ist, er hat es alles auch für dich getan, weil er dich liebt, Jesus liebt dich, er hat deine ganze Schuld auf sich genommen, ja, selbst deine ganzen Krankheiten, deine ganzen Verfehlungen, alles hat er genommen und auf sich getragen, ja, gefoltert, ausgepeitscht für dich, alles für dich, weil er dich liebt, weil er dich freimachen will durch dieses unverdiente Geschenk, Gott nennt es unverdiente Gnade, wenn er uns in seine Gemeinschaft ruft und wir den Ruf Gottes hören, dass wir umkehren zu ihm und sagen, Jesus, bitte vergib mir, Gott, nimm all meine Schuld, Jesus, all meine Sünden, nimm all meine Sünden, bitte vergib mir, es ist vollbracht, hat Jesus gesagt, als er so am Kreuz hing, Blut überströmt, mit Schmerzen überall, ja, bis in den Tod ist er gegangen, für uns, es war reinste Liebe, um dich und mich freizukaufen von der Macht der Sünde und vom ewigen Tod und mit diesem Geschenk will auch dir, Gott, ewiges Leben schenken, deshalb, alle Ehre, alle Ehre gehören, Jesus Christus, Halleluja, was hat er gemacht? Er war komplett frei von Sünde und er ging für dich und für mich und für die anderen Menschen ans Kreuz, ja, und wisst ihr was? Jesus, ja, erstens mal ist er von, er ist ja ganz dann auch gestorben am Kreuz, man hat ihn ins Grab gelegt und am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden, ja, der Stein war weg und die Engel standen da und haben gesagt, er ist nicht mehr hier, er ist von den Toten auferstanden, ja, und bald kommt Jesus wieder, er ist ja dann nach 40 Tagen wieder hoch in den Himmel gefahren, nachdem ihm aber auch über 500 Augenzeugen gesehen haben, wie er von den Toten auferstanden ist, ja, er stand leibhaftig wieder da, von den Toten auferstanden und dann, nach 40 Tagen ist er hochgefahren in den Himmel, auf einer Wolke ist er hoch, hoch in den Himmel und in der Bibel steht, dass er, Jesus Christus, in den Wolken wiederkommen wird, jetzt am Ende der Zeit und so wie es aussieht, wie sich die ganzen Prophezeiungen in der Bibel stückweise erfüllt haben und noch erfüllen, so wie es aussieht, leben wir in dieser Zeit, die es wieder erleben wird, also die es erleben wird, dass Jesus Christus wiederkommt und zwar oben am Himmel, lasst euch von niemandem täuschen, Jesus Christus kommt oben am Himmel für alle sichtbar wieder, so steht es in der Bibel, wie ein Blitz kommt er auf den Wolken wieder und dann holt er alle seine Kinder zu sich, deswegen seid gesegnet, wenn ihr euch wundert, dass ich heute ein bisschen müde aussehe, ja, ich bin auch ein bisschen müde und erschöpft, die letzten Tage waren doch sehr anstrengend mit unserer Mission da in Frankfurt, aber Gott schenkt uns immer wieder Regeneration, dass wir ausruhen dürfen und wieder neue Kraft tanken dürfen und Gott schenkt uns immer wieder neue Kraft, also seid gesegnet, liebe Geschwister und die, die es noch werden wollt, Jesus ist auch für dich gestorben, deshalb nimm dieses kostbare Geschenk an, das ist das kostbarste und wertvollste Geschenk, was du jemals annehmen kannst in deinem Leben und es ist auch der wichtigste Tag in deinem Leben und zwar, dass du umkehrst zu Gott und dieses Gnadengeschenk von Gott annimmst, weil ewiges Leben und Sündenvergebung können wir uns nirgends kaufen und für kein Geld der Welt, aber Gott will es dir schenken, ja, er hat den höchsten Preis bezahlt für dich und für mich, deshalb sei gesegnet, Gott liebt dich, Shalom.